Hast du gedacht, es geht mal wieder nicht? Dann dich bewegt und jetzt spürst du dich. Aller Anfang ist nicht leicht so wichtig. Mit dem ersten Schritt in deine Reise. Du beginnst. Weißt du jetzt, was ich mit dir mache? Blabierst nicht mehr wie der, der du gestern warst. Das Geheimnis heißt machen, so umziehst du es durch. Mit jeder Erfahrung. Dein Mut auch erweckt. Mit jeder Erfahrung du Neues entdeckst. Weißt du jetzt, was es mit dir macht? Mit jeder Erfahrung du Neues entdeckst. Mit dem ersten Schritt deiner Reise beginnt. Da gibt's so viel unendliche Weizen. Ohne Furcht und Unpregbarkeit sind. Wer der Decker der Wahrhaftigkeit sind. Mit dem ersten Schritt deiner Reise beginnt. Mit dem ersten Schritt deiner Reise beginnt. Deine Reise. Deine Reise. Deine Reise. Deine Reise. Untertitelung des ZDF, 2020